upgrade so lebo runter kalt bilder endlich briggs endlich ich muss mich da auch noch da oben bauen es hilft nix oh nein meine stolz ist entweder voll scheiße great tier 3 hau ich sage beim letzten mal war ich besser beieinander ich habe schon wieder kein holz noch auf null soja ich muss ja wieder runter hochdrehen versteht nicht ich habe es 200 kauft wenn du ständig sachen baust so steht halt überall 44 von 50 47 von 50 0 von 20 111 von 120 78 von 80 wenn ich jetzt da oben dieses gebiet kaufe das bringt mir überhaupt gar nichts weil ich die erste brücke brauche ich dann von 20 voll teuer hier what the fuck was los meine medizin ist mir weg viel viel vor ever 19 20 was was ist meine medizin wird dies auch ganz weg obwohl ich fünf felder haupt mit dem schaß was stimmt und man heute sein getroffen doch die müssen doch da sein ich bin dumm ich habe nichts zum traden was sich voll lohnt ich hatte gerade eben ich habe 200 holz durch nur noch 76 wieder zugucken und was machst du so ich gucke mein spiel zu ich bin nicht dumm quacko bin ich dumm ich bin nur verplant sehr gut und die die was gerade die medical herbs an bord hat ein rotes kreuz über sich keine ahnung was das heißt sie krank ist krank ist bei mir niemand aber ich habe halt einfach keine medizin mehr ich trinke usu was machst du so und noch mir sterben die leute weil sie alle krank sind ich habe mehr kranke das ist belastend macht nix ich produziere sie herb wir haben gerade vertauschte rollen und letztes mal ging es bei dir so sie ist alkohol desinfiziert hätten die mal hydriert wow einfach wow arbeitet da wer ja ok ich brauche mehr herbs das ist nichts ich muss überlegen überlegen muss die dame ich hoffe die ziehen jetzt das holster der geht beinert vorbei kombo level 1 weh du 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 trägst es daher ja 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 ganz ruhig ganz ruhig ich will nie mehr da steht 80 von 80 und die idioten baut sich arme uro ich heule ich weine uro was noch komisch ist mein stein wird immer weniger entschuldigung lol deshalb wird mein stein immer weniger weil ich kann es produzieren die ganzen idioten krank hat auf krank zu sein not enough money wie wie not enough money wie hast du das hingekriegt ähm ich habe mir medizin gekauft achso die auch außerdem letztens war doch so einer die was immer gesagt ich habe kein geld Was denn? Ich war nur überrascht. Ist doch gut. Er hat gleich gehetet. Okay. The fuck, wie groß der eine Brücke bei dir ist. Ja, er muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Mit einer Golden Gate Bridge in Holzform. Was ist da drin? Stein. Okay. Was ist hier drin? Stein. Fuck you. Nein. Ich muss echt auf die andere Seite kommen. Nee. Ich könnte aber eigentlich auch Bier verkaufen. Oh Gott, jetzt skripieren bei mir die ganzen Leute von der Cygnus. Johnny, Chan, Venti, Venti. Lol. Betty. Das kann es ja nicht sein. Ja, kein Wunder. Ich habe null Bilder. Das baut keiner. Dann musst du deine Arbeiter runterstellen. Dann bauen auch Leute. Ah ne, wirklich. Ich meine, die Sternchen daraus stellen. Ja, das beschwere dich doch nicht, wenn du weißt, wie du es ändern kannst. Ich ändere sie, aber es bringt nichts. Dann änderst du es falsch. Ja, was mache ich falsch? Wenn du es mir sagst, kann ich es ändern. Ja, du musst halt die Sternchen aus deinen Gebäuden packen. Die sind da nicht mehr... Also, die arbeiten da nicht mehr und die können dann bauen. Nee. Einfaches Ding. Ja, Scheißrott, das ist halt der eine unglücklich jetzt. Okay, die Stein habe ich wieder ein bisschen. Jetzt reicht es. Ich mache die Labor auf null. Das kann es ja nicht sein. Marstein. Schön. Glückwunsch. Ich mache jetzt von mir sogar die Bilder auf zehn. Es geht niemand auf Bilder. What the fuck? Kannst du das gerne in meinen Stream gucken. Dann muss ich wieder alles wegklicken. Ich brauche einen vierten Bildschirm. Geht der Platz aus. Mach von mir sogar auf 50 für dich. Ich gucke nicht rein, weil ich da wieder sämtliche Fenster schließen muss. Es tut mir leid, Oro. Es triggert mich gerade dezent. Okay, ich kann es ja theoretisch kaufen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Laborer werden sie instant. Aber Bilder wollen sie nicht. So. Das muss man auch mit meinen Schädel eingehen. Gott, treatment. Gib Bilder. Ich kann das phishing. Warte. Ich mache jetzt überall fucking Sternchen raus. So. Ein Blacksmith will ich nicht hier hin bauen. Das kann es ja nicht sein, Alter. Was brauche ich nochmal, um weiter weg Sachen zu claimen? In der Ära 3 oder so. Ja. Nervig. Nervig. Das ist das Stone, ne? Oh, Stone. Stone. Habe ich gerade nicht so viel. Ja, weil hier keiner arbeitet. Ja, weil ich die Laborer so hoch habe, ne? Höhöhö. Hoppala. So, jetzt habe ich auch wieder mehr. Ja, das sind sie wieder. Jetzt habe ich auch hierfür wieder Arbeit. Das ist ja schön. Läuft. Läuft. So, jetzt habe ich auf allem die Sternchen draußen. So glücklich bist. Okay. Ah, doch, 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 doch. Warte. Zack. Kombo Level 1. What the fuck? Das funktioniert so wirklich. No shit Sherlock. Ich verstehe das nicht. Ja, wenn du das priorisiert hast, du hast halt nur eine begrenzte Anzahl an menschlicher Ressource. Wenn du 65 Erwachsene hast, dann kannst du sie nicht... Das ist mir schon klar, aber warum gehen die dann nicht von selbst dahin? Warum gehen die dann nicht von selbst dort arbeiten? Ja, weil du halt die Gebäude favorisiert hast. Wenn du die... Ich meine, ich habe sie jetzt nicht favorisiert. Der Stern ist jetzt nicht ausgefüllt. Warum gehen die Leute nicht selbstständig dahin und arbeiten? Vielleicht, weil es ein Spiel ist? Das geht mir nicht ins Hirn. Äh, nee. Ich habe da ansonsten keine Probleme. Ich habe das jetzt so gemacht, wie du es gesagt hast. Und jetzt sind alle arbeitslos. Außer die Schwammermacher. Du kannst keine arbeitslos machen. Die sind arbeitslos. Die sind unbesetzt. Bei mir sind alle Bewohner, die ich habe, irgendwo beschäftigt. Ob Laborabilder oder Employed. Ich habe 44 Employed. Die arbeiten in meinen Gebäuden. Dann 20 Sammler. Sind wir bei 64. Und dann habe ich noch vier Bilder. Dann sind wir bei 68. Ja, bei mir sind neun Employed von 59. Zehn Laborabilder und zehn Bilder. Ja, und wie viele Erwachsene hast du? 29. Ja. Neun plus zehn plus zehn sind 29. Ja. Das ist mir auch gerade aufgefallen, weil die alle krepiert sind gerade. Oh mein Gott, ich bin auf 36 getroppt. Ich war über 50. Die sind mir alle gestorben. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh Gott. Ja, deswegen geht bei dir nichts voran, weil du keine Leute hast. Du musst die Leute da in den Migration Office setzen. Oh no. Die sind... Weil ich mich so aufgeregt habe über die Scheiße, sind mir jetzt alle krepiert und ich habe es nicht gemerkt. Okay, hier habe ich noch. Ja, Leder. Oh, Mushrooms. 1400. Trade. Ja, quest complete. Komplett verkackt. So. Ich muss jetzt noch schnell auf die Ära 3 warten. Da fehlen mir noch zwei, weil ich von hinten doch schnell was anlockere. Du hast nämlich da zum Beispiel Boreal in Tundra Expedition. Habe ich schon. Ich habe das vorige, ich habe was anderes dafür erforscht. Hast du eigentlich die Wodka Destillerie gemacht? Nö, weil ich keine Kartoffeln habe in der Nähe. Okay. Die Maria ist gestorben. Nein, nicht die Maria. Doch. Nein. Gott hat mich das jetzt so aufgeregt, ohne Witz. Ich das einfach nicht checkt habe. So. Das nehme ich auch noch. Wow. Äh. Hm. Äh. So. Tech Tree. Okay. Warte. 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 ich brauche einfach immigranten gerade platz durch die scheiße im bau ist doch so viele berger nein schon wieder garten so viel was karten ich glaube du kannst nicht mehr als acht haben oder so stand da keine ahnung 2467